Logo schon komplett, neuer Bayern-Tempel nimmt Formen an, die Umgestaltung des Bayern-Stadions nimmt langsam Formen an. Die Südkurve wird mit Sitzen ausgestattet, die das Logo des Rekordmeisters ergeben. Der Umbau der Allianz Arena zu einem reinen Bayern-Stadion schreitet weiter voran. Der Rekordmeister postete Fotos auf Twitter, auf denen zu sehen ist, wie die Sitze der Südkurve in den Farben Weiß-Rot und Blau das Logo des FC Bayern ergeben. Schon Anfang Juni waren die Treppenaufgänge in der Arena Road gestrichen worden. Twitter.com-bayern-status-1013688696376356864 Nachdem Stadtrivale 1860 München wegen des Abstiegs aus der zweiten Liga aus dem Stadion in Freutmanning ausgezogen waren, hatten die Bayern-Verantwortlichen angekündigt, die grauen Sitze sukzessive umzugestalten. Lesen Sie auch alle Augen auf Kovac und Faith die Liga legt wieder los. Kovac startet bei Bayern.